Ein herzliches Willkommen und heute sind wir hier am Dachstein, und zwar im Eispalast. Ich möchte euch mitnehmen. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen, da es eisiger Boden ist, und glatte Schuhe sind sehr rutschig. Aber hier kann man sehen, wunderschöne Motive, beleuchtet, einfach toll. Ich nehme das Ganze jetzt natürlich nur mit dem Smartphone auf. Wunderschöne Motive der Menge Arbeit. Man sollte sich das auf jeden Fall ansehen, wenn man am Dachstein ist, einfach toll. Ja. Ja. Wunderschöne. Wunderschöne. Draußen regnet es leider, deswegen sieht man von der Hängerbrücke wenig. Lassen. Super toll. Wunderschöne. Es sieht wunderbar aus. Hier ein perfekter Fotopoint. Mit absolut coolen Lichteffekten. Einfach toll. Das war ein kurzes Video. Aber man kann es sehen. Einfach toll. Das sollte sich jeder ansehen. Kostet nicht viel. So oft sieht man das nicht. Und dann sage ich Danke fürs Zusehen. Und Tschüss. Das war's. Das war's.